hallo meine freunde und willkommen zurück zu einer weiteren folge wolfenstein the new order mit bloody cat und black dragon lp auf unseren neuen kanal bloody dragon lp.de wollte ich schon sagen guten morgen bloody dragon lp wir haben uns ja umbenannt weil ein kanal ist glaube ich besser als 2 da wir eh zusammen immer aufnehmen und meiner grad der aktivste war machen wir jetzt alles auf einen kanal aber ein paar sachen kann ich auch auf den kanal aufnehmen juhu ja also wird auch demnächst anstatt mehr action horror shooter ich bin gerade sprachlos weil das sieht mir nach arena aus und ich hänge ich hänge what the fuck kann mich die bewegen haha ich hänge wirklich ich hab einen bug entdeckt toll ah jetzt geht's gott sei dank ich bin neustart hätte ich jetzt gar keinen bock drauf gehabt mechanototenkopf das wollen wir jetzt gar nicht sehen und wer gern lösen möchte lesen möchte ich lösen äh lesen möchte kann ich das hier gern durchlesen wir wollen den kerl jetzt mal in den arsch treten da liegen schon mal ein paar raketen das sehe ich da sehe ich auch noch ein paar raketen mal die lage sondieren da liegt energie ok wenn das nicht nach arena kam schreit dann das immer hey besser ja da ist dann mich hier ja gerade am doom genau läuft ruhig das feuer da war feuer da war feuer da war feuer da ist überall feuer wer baut denn so ne scheiße im hier ne scheiße wap n alter oh ist im armpit da ist bau kann ich auch sterben jetzt hab ich ihn Tatsächlich. Das war ja leicht. Bis 14. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. Ich werde nie vor Ihnen niedergehen. Ach Gott, dann erledige ich Sie bestehend. Noch ein paar letzte Worte, du Arschloch. Oder soll ich dir einen Joker verpassen, von links nach rechts. Siehst schon so scheiße aus. Ah ja, erlösen wir dich mal. Ach nö. Sind wir tot? Ja, ja, auf jeden Fall. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich würde gern was sagen, aber der Gesang hört nicht auf. Ich höre nichts. Aber ich glaube, der wird eh nicht aufhören. Es war auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel, in dem Sinne, da ich eben Fan von Meshing Games, Bethesda bin, Doom, Wolfenstein, Wolfenstein E. Es wird auch demnächst das zweite Wolfenstein kommen, was am 27.10. veröffentlicht wird. Ich habe es auch schon vorgestellt, ich habe es auch schon vorgestellt, also keine Sorge, es kommt garantiert. Auf jeden Fall, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ihr könnt ihr besser schleichen als ich, weil meine Schleichattacken gehen meist in eine Schießerei aus. Sie kann es auch nicht auf jeden Fall, aber ich glaube, 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 ich habe es auch schon erwähnt. Das stimmt wohl. Da kommen schon die ersten Tränen. Oh, wie süß. Das ist der höchste Tränen der Trauer, weil das Spiel schon vorbei ist. Du hast dich auch nicht schlafen, das ist nur die Rache. Für Elise. Auf jeden Fall, wie gesagt, Hammerspiel. Fahre echt total. Ist eine reine Kaufempfehlung wert. Gibt es heute auch schon sehr günstig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir lassen jetzt noch die Credits durchlaufen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Soviel dazu, euer Black Dragon. Und eure Bloody Cat. Bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim 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 nächsten Mal.